Das Messias, wo ich Jesus responde, allmunde deoi, bringt die Hoffnungsbödschaft mit Redner Walter Niefelt. Mein Freund, meine Freunde, mein Bruder, meine Sester, wo geht es zu weiten, dass Gott mit uns viel Geduld hat? Er weiß, dass wir nicht jeden Tag wahren, frische Früchte zu bringen, und er hat Geduld. Jesus vertelt davon in Lukas, Kapitel 13, Vers 9. Er sagt, wie wichtig es für Gott, dass er bei uns gute Früchte findet. Was ist die gute Früchte? Die gute Früchte in unserem Leben ist Leib, Hoffnung. Die gute Früchte in unserem Leben ist Geduld. Das sind die Früchte des Geistes, so wie die Tjane. Aber wenn wir lange Christen sind, aber nicht gute Früchte bringen, dann sagt Jesus, schämt die Tid. Wo wird die, wo uns Lebe eine, der komme in uns einfach aufschneiden. Das Lebe wird die Eingehung. Wir wollen nicht mehr Gelegenheit haben. So vertelt er doch von einem, der in seinem Garten Baum hat, nicht Früchte bringen. Und er will den Baum mal aufhaken. Aber der Jans, der wird mit dem Garten abhaken, dass er noch ein Jahr, noch ein Jahr, hat er ihm Fläche in seiner Frau dann Früchte bringen. Und wenn er da nicht Früchte bringt, dann dauert er ihm einfach aufhaken. Wo ist das mit unserem Leben? Als vielleicht Gottes in der Geduld meist eng mit uns, willst wir nicht Früchte bringen? Willst wir bloß durchsetzen in unserem Geist? Aber in unserem Leben ist keine Früchte. Keine Früchte für Gott. In unserem Leben ist kein Deinst du. In unserem Leben ist keine Leib für den Nächsten durch. In unserem Leben ist Hals und Bettennis. Keine Früchte von Buse, von anderen in unserem Leben. Wo trüer ist es, um Christenleben. Sowohl wir gehen daran beden, dass er wird das an uns mit seinem Geist und dass wir viel Früchte bringen. Herr Jesus, mir das leidt, dass du in meinem Leben vollkommen Keine Früchte vungen hast. Und heute bedenst du mit deinem Heiligen Geist. Und dass du mit dem Lebenswetter und mein Wirt durch mein Leben für die mocht vrucht bringen. Und dass du mit dem Brucken hast, durch deine Heiligkeit. Das bedenst du in deinem Namen, Jesus. Amen. Warte im nächsten Mal mit Hoopnungsbotschaft. Warte im nächsten Mal mit Hoopnungsbotschaft. Fabiananas